ein punkt im letzten spiel besser als nix oder ja schon aber mit unentschieden kommst du ja nicht wirklich weit heute soll der dreier her wird jetzt gefährlich magdein keine schlechte chance aber vorbei ach da war vielleicht sogar mehr drin messi pericic können sie jetzt einen angriff aufziehen den ball spielt er raus schöner pass der ball erst mal raus gut gemacht klasse zuspiel damit sie aufpassen gibt es jetzt die gelegenheit super einsatz da kann er ihn stoppen die chance da ist das erste tor und das spiel geht richtig gut los das verspricht eine sehr interessante partie zu werden so da hätten wir also das 1 zu 0 mal sehen wie es hier weitergeht gut den ball hier im mittelfeld erobert da passt der gegner auf aber der einwurf muss auch anders kommen das könnte gefährlich werden er zieht ab jungen hat es knapp da können sie jetzt durchatmen da hinten da waren sie doch noch zur stelle klasse aktion ball ist weg so erstmal geklärt nach dieser reingabe spielt den ball direkt zurück wird das seine tor chance oder ist dabei wieder weg und er gewinnt den zweikampf und das ist der ballverlust der ball ist weg und jetzt könnte da kommt der schuss das war nicht einfach aber er pariert den schuss etwa geht's eine kurze ecke messi gut gedacht aber dann geht der ball doch ziemlich daneben jetzt könnte gefährlich werden chance erstmal vorbei der spieler ist dazwischen gegangen toller pass gute aktion der reingabe kam gut aber der ball ist erstmal weg den angriff block der abklasse aufgepasst guter passt so machen sie das spiel breit art hier diesen pass weg ist der ball defensiv machen sie es gut das war der gut ball draußen das gibt jetzt eckball kurz ausgeführt schön gemacht jetzt die flanke messi ballverlust da verlieren sie den ball pericic wird jetzt gefährlich abwehr hat aufgepasst guter aktion da kann er ihn stoppen pericic einwurf messi messi pass auf die außenbahn da kommt der weite ball auf den flügel nicht an da verlängert er den ball das könnte die chance werden da geht er dazwischen fängt diesen ball ab jetzt die flanke da passt er auf ball geklärt zur ecke abgewährt kurze ecke jetzt da kommt die flanke drei minuten nachspielzeit kriegen wir lässt sich den ball nicht abnehmen jetzt haben sie den ball können sie jetzt ein angriff einleiten da haben sie jetzt platz flanke kommt da steht die abwehr sicher zur pause steht für zur Jetzt geht es weiter. Der Ball rollt in dieser zweiten Hälfte. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das könnte eine Gelegenheit werden. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Da kommt die Hereingabe. Er war noch gefährlich. Super dazwischen gegangen. Schön dazwischen gegangen. Jetzt wird es gefährlich. Jetzt ein weiterer Einwurf, dann wird es brenzlig. Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Gut den Ball verteidigt. Da ist Platz. Das sieht vielversprechend aus. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ecke hier. Das kann natürlich gefährlich werden. Klar, dass den Fans hier einige Situationen zu lange dauern. Aber das ist doch normal, Wolf. Die wollen das Ding einfach nach Hause bringen. Auch wenn das für die Heimfans nicht wirklich schön ist. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er definitiv besser. Den Ball leitet er weiter. Früh wird er jetzt gestört. Spielt den Ball direkt zurück. Da verlieren sie den Ball. Und jetzt ein Schuss. Gebt Ecke. Und jetzt vielleicht die Chance zum Ausgleich. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von eben. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der so hält. Nächste Chance. Noch eine Ecke. Ball immer aus. Und das gibt Ecke. Die Ecke kommt rein. Da ist die Szene vorbei. Das sah gut aus. Und er schießt. So, Spannung drin. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Das könnte die Chance werden. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Perisic. 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 Gut geklärt, aber ein Wurf. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Perisic. Was für ein Tor. Ein überragender Schuss. Da hat alles gepasst. In diesen Distanzschuss hat er alles reingelegt. Und man sieht es deutlich. Den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen. Auch und besonders da nicht. Da hat er genau Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Torhüter. Mag der ihn. Und der Ball geht nicht rein. Ach, aber was für eine Szene. Und was für eine Chance. Da sind sie gerade noch zur Stelle. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Muss Einwurf geben. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht den Stock. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. Perygic. Jetzt müssen sie aufpassen. Gert gut dazwischen. Weg ist der Ball. Viel Vorwärts dran jetzt. jetzt vielleicht alles wieder ausgeglichen ja jetzt bin ich gespannt wie sie reagieren hat ja eigentlich bisher alles gut im griff damit haben sie den ausgleich geschafft es ist wieder alles drin toller schuss aufgehalten die klasse platziert das ist doch genau das was wir sehen wollen ein spannendes enges match und jetzt haben wir ja auch wieder einen ausgeglichenen spielstand da entscheidet er auf vorteil sehr gut gemacht vom schiedsrichter der blick auf die uhr neun minuten bis zum ende und das ist der ballverlust wird es jetzt gefährlich ballverlust den ball kann erklären oder ist der ball wieder weg jetzt können sie gleich den ball einwerfen doch und jetzt reicht der unparteiische dem spieler noch die gelbe karte hinterher er wollte einfach den vorteil abwarten macht das genau richtig ein leichter und überflüssiger ballverlust auch kurz vor schluss will ich hier keine prognose abgeben noch ist alles möglich da passt auf schöne flanke jetzt jetzt könnte der pass kommen das wäre eine gute chance gewesen aber er passt auf da hat er die situation erahnt und war zur stelle packen sie hier noch das tor wird das seine tor chance und jetzt die chance der ball zurück vom forsten abpfiff und cut Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020